Als nächstes wollen wir uns mit ein paar Begriffsdefinitionen der Biomasse beschäftigen, weil wir die benötigen für die nächsten Videos. Das heißt also, was ist Biomasse, wie ist sie definiert laut Gesetzgeber und welche weiteren Begrifflichkeiten benötigen wir. Der Einstieg oder die Definition der Biomasse erfolgt über die Biomasseverordnung in der aktuellen Fassung. Dort heißt es, Biomasse im Sinne dieser Verordnung sind Energieträger aus Phyto- und Zomasse. Also der Gesetzgeber muss natürlich erstmal definieren, was fällt eigentlich unter dem Begriff der Biomasse. Das sind also wie gesagt Energieträger aus Phyto- und Zomasse. Schauen wir es mal auf. Also das sind Energieträger aus Phyto- und Zomasse. Also nur sprachlich Pflanzen und Tiere. Oder Reste von Tieren dazu zählen, nämlich laut Biomasseverordnung auch resultierende Folge- und Nebenprodukte, Rückstände und Abfälle, deren Energiegehalt aus der Phyto- oder Zomasse stammt. Das wird dann in der Biomasseverordnung noch ein bisschen weiter präzisiert. Dass es sich dabei um Pflanzen oder Pflanzenbestandteile handelt, Energieträger, die daraus hergestellt werden, Nebenprodukte pflanzlicher, tierischer Herkunft. Bioabfälle zählen auch dazu, die aber dann die nächste Verordnung benötigen zur Definition, nämlich die Bioabfallverordnung. Oder halt durch Vergasung und Pyrolyse erzeugtes Gas und so weiter und so weiter will ich jetzt gar nicht alle aufführen. Das lässt sich in der aktuellen Fassung der Biomasseverordnung einmal nachlesen, wie Biomasse definiert ist. Und darauf muss man achten, denn wenn man jetzt also Bioenergie erzeugen will, muss man natürlich erstmal prüfen, ist das eingesetzte Rohmaterial, ist die Biomasse tatsächlich auch gemäß der Verordnung als Biomasse definiert. Die Verordnung definiert zum Beispiel auch, was keine Biomasse ist, also macht einen Ausschluss. Dazu zählen fossile Brennstoffe, das ist also Erdöl, Erdgas und Kohle. Denn man könnte ja sagen, ja im Moment, eigentlich ist doch Stein- und Braunkohle ist doch eigentlich auch Biomasse, weil es ja aus Pflanzen entstanden ist, zwar bei Jahrmillionen, aber eigentlich ist es ja eine Pflanze. Das zählt aber nicht als Biomasse. Torf zählt auch dazu, Siedlungsabfälle, Papier, Pappe ist natürlich auch keine Biomasse. Da würde ich sagen, ja gut, Altpapier, eine alte Zeitung, die ich verbrenne, das war ja mal ein Baum, ist aber auch keine Biomasse. Und auch da gibt es verschiedene Definitionen in der Art und Weise, was Biomasse ist und was Biomasse entsprechend nicht ist. Das heißt, da muss man in der aktuellen Verordnung nachschlagen, wie Biomasse definiert ist. Das kann sich mal ändern, das ist ja seit 2014, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch nicht geändert worden. Was wir auch noch brauchen in unserer Reihe zur Bioenergie und zur Betrachtung von Biomasse, sind ein paar Begriffsdefinitionen, die wollen wir uns jetzt mal aufführen. Es gibt ein paar Begriffe, die wir benötigen, die immer wieder vorkommen, die wollen wir uns mal zu Beginn mal einmal definieren. Also das Erste, was immer vorkommt in der Diskussion bei der Bioenergie, ist die sogenannte Frischmasse, abgekürzt mit FM. Das ist, also Bestandteil von Biomasse, das ist die Wassermasse und die Trockenmasse. Das heißt, das ist die Pflanze, die nicht getrocknet ist, sondern die frisch ist. Da ist immer ein recht hoher Wasseranteil drin. Das heißt, mit der Frischmasse bezeichnet man die, ich würde mal sagen, pure Pflanze. Das ist also die Wassermasse, die in der Pflanze ist. Das Wasser können wir normalerweise nicht gebrauchen und weiterverarbeiten. Ganz im Gegenteil, das ist störend. Das kennt man, wenn man irgendwie mal mit Holz einen Kamin betreibt oder grillt zum Beispiel. Dann kann man kein nasses Holz verwenden, weil das dann nicht brennt. Der Heizwert ist entsprechend niedrig, sondern braucht trockenes Holz. Deswegen wird Holz getrocknet. Das kennt man sicherlich, wenn Kamin hat oder einen Ofen. Und dann hinter dem Schuppen oder sonst wo das Holz lagert zum Trocknen. Denn was man macht, ist, das Wasser muss raus aus der Pflanze, weil wir mit dem Wasser nichts machen müssen. Denn sonst müssen wir Energie aufwenden, um das Wasser zu verdampfen. Also das ist die Wassermasse plus die Trockenmasse. Das heißt also dann die reine Pflanze. Dann ein zweiter Begriff ist der Trockensubstanzanteil. Trockensubstanz, Trockenmasse. Trockensubstanzanteil. Häufig abgekürzt auch mit TS, also Trockensubstanz. Das ist der wasserfreie Anteil eines Stoffgemisches. Also das ist Wasser freier Anteil eines Stoffgemisches nach der Trocknung. Bei typischerweise 105 Grad Celsius, also dass das Wasser in der Pflanze verdampfen kann. Und wir dann eine quasi trockene Pflanze haben. Aber auch das ist noch nicht das, was wir dann weiter verarbeiten können, weil die bioenergetische Umwandlung in der Regel nur mit dem organischen Anteil funktioniert. Das heißt, was wir dann noch brauchen, ist den organischen Trockensubstanzanteil. Organischer Trockensubstanzanteil. Abgekürzt mit OTS. Das heißt, was man macht, ist, man reduziert die Trockensubstanz auch noch um die anorganischen Substanzen. Das heißt, das was nicht kohlenstoffbasiert ist, das ist also gemeint mit dem organischen oder der organischen Trockensubstanzanteil. Und diesen Teil, dieses OTS, das ist dann das, was wir weiterverarbeiten können in einem Fermenter oder jetzt in weiteren Verarbeitungsschritten, die wir uns noch angucken werden. Aber diese drei Begriffe, die Frischmasse, Trockensubstanz und die organische Trockensubstanz, das sind so drei Begriffe, die uns jetzt immer wieder in den nächsten Folgen begegnen werden. Ein weiterer Begriff, den man sicherlich schon mal gehört hat, sind die Navarro, die sogenannten nachwachsenden Rohstoffe. Auch den Begriff will ich nochmal hier einführen. Navarro mit großem R. Das sind nachwachsende Rohstoffe. Damit sind Land- oder forstwirtschaftlich erzeugte Produkte gemeint, die nicht als Nahrungsmittel dienen oder Futtermittel. Mais, Getreide, Rüben, Gras-Silage. Oder, was dann auch noch dazu kommt, ist dann der ganze Bereich von Gülle und Mist. Also Exkremente, Urin von Nutztieren mit oder ohne Einstreu. Das kann dann Rinderschweinegülle sein, Trockenkot von Hühnern, Mist von Enten oder Pferdemist. Auch das fällt dann in diesem Bereich der Biomasse, die man dann weiterverarbeiten kann in unterschiedlicher Ausprägung. Also Gülle ist sehr, sehr wasserhaltig. Die Pflanzen, also Mais zum Beispiel, ist natürlich jetzt eine Pflanze, die man dann typischerweise einsetzt in der bioenergetischen Umwandlung, um dann damit das Biogas zu erzeugen. Weitere Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, ich sage mal in Richtung der Qualitätsmerkmale von Bioenergieträgern. Da gibt es zwei Arten, nämlich die chemisch-stofflichen Eigenschaften von Bioenergieträgern und dann die physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Da will ich mir jetzt ein paar Mal rauspicken. Also was haben wir, wir haben auf jeden Fall natürlich als einen zentralen Kennwert den Wassergehalt unserer Biomasse. Also wie viel Prozent unserer Biomasse ist Wasser, weil wir dieses Wasser ja loswerden wollen. Das hat Auswirkungen auf den Heizwert, auf die Lagerfähigkeit, auf die Transportfähigkeit zum Beispiel. Das sind natürlich ganz entscheidende Punkte bei der Planung, bei der Berücksichtigung, wie kann man diese Biomasse nutzen. Es gibt auch noch andere Aspekte, Störstoffe zum Beispiel, wie sieht das mit Pilzsporen aus, die sich vielleicht in der Biomasse vorhanden sein können. Die Abbaubarkeit, also wie schnell baut sich die Biomasse ab über entsprechende aerobe oder anaerobe Prozesse. Wie sieht das Gasbildungsverhalten aus und das Silierverhalten. Das sind so weitere chemisch-stoffliche Eigenschaften. Ich denke, der Wassergehalt ist einer der zentralen Punkte, den wir jetzt hier aufgeführt haben. Den werden wir uns dann in einem nächsten Video nochmal etwas genauer angucken bei den Festbrennstoffen. Bei den physikalisch-mechanischen Eigenschaften, was ist da wichtig? Das ist einmal, oder ein zentraler Punkt ist die Lagerungsdichte. Das heißt also, wie dicht kann ich meine Biomasse lagern, transportieren. Je höher die Dichte ist, desto weniger Volumen nimmt das und meine Biomasse ein. Was mich dann die Lagerfähigkeit beeinflusst, die Teilchendichte zum Beispiel, Größenverteilung, hat natürlich auch was mit Staubbildung zu tun, mit den Trocknungseigenschaften. Da habe ich jetzt so einen Holzstamm im Inneren natürlich nicht so gut trocknen kann, als wenn ich so Hackschnitzel oder Pellets hätte, die ich natürlich deutlich einfacher in einem Trocknungsprozess von dem Wasser befreien kann. Temperaturwärmung, Temperaturwärmung, Kapazität, die spezifische Oberfläche spielen sich auch eine Rolle. Aber ich denke, die Lagerungsdichte, in die Richtung geht dann nochmal die Teilchendichte. Das spielt also vor allem jetzt bei den Festbrennstoffen eine wichtige Rolle hinsichtlich der Weiterverarbeitung, der Umsetzung dieser Biomasse in eine andere Energieform. Vor allen Dingen in Bezug auf die festen Biomassen. Die Grundlage der Pflanzenentstehung, also ob das jetzt dann der Mais ist oder der Baum, den wir dann als Holz weiterverarbeiten können, ist die Photosynthese. Das wollen wir uns dann im letzten Schritt auch nochmal einmal ansehen, wie da die Reaktionsgleichung ist. Die Photosynthese bildet die Grundlage für das Pflanzenwachstum. Was die Pflanzen ja machen, ist, sie nutzen das Sonnenlicht, um aus Kohlendioxid und Wasser dann einen Zucker herzustellen. Dabei entsteht Sauerstoff und wieder Wasser. Also grundsätzlich die chemische Reaktionsgleichung. Wir brauchen Kohlendioxid, dann um die Stychometrie einzuhalten, also 6 Einheiten Kohlendioxid. Wir brauchen 12 Einheiten Wasser, um daraus dann einen Zucker herzustellen. Also C6H12O6, also Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Dabei entstehen 6 Einheiten oder 6 Mol Sauerstoff und dann, damit die Stychometrie passt, haben wir nochmal 6 Mol oder 6 Einheiten Wasser. Diese Reaktion wird angetrieben durch das Sonnenlicht. Das heißt, die Pflanze ist in der Lage, das Sonnenlicht zu nutzen als Energiequelle, um dann aus dem Kohlendioxid in dem Wasser dann Zucker zu machen, der dann weiterverarbeitet werden kann. Dieser Prozess, das Kohlendioxid zu Glucose zu reduzieren und zu assimilieren, um damit dann auch Kohlenstoffanteile aufzubauen, das ist der sogenannte Calvin-Zyklus. Auch da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, das ist dann eher im Bereich der Biologie, einfach nur zur Grundlage. Also die Photosynthese als Prozess ist der, der dazu dient, dass die Pflanze dann wachsen kann, Kohlenstoff aufbauen kann, den Zucker aufbaut und damit dann wachsen kann.